Wir stehen jetzt hier bei dem Stand von der Familie Sherman und uns sind diese unglaublichen Formen und Farben aufgefallen. Herr Sherman, was sehen Sie hier denn tatsächlich? Sie sehen eine Kollektion, die komplett aus echten Lotusblättern besteht. Echte Lotusblätter? Echte Lotusblätter, die wir ernten, bis zu achtmal in Farbe kochen, also im Grunde genommen durchfärben wie Textilien, die dann trocknen, auf MDF-Platten oder auf Eisenplatten aufbringen und dann mit einem speziellen Lack versiegeln, der Goldstaubanteile hat. Dieser Goldstaub bleibt durch den Lotus-Effekt nur auf den Adern hängen, sodass wir am Schluss ein wunderschönes Relief haben aus einem reinen Naturprodukt. Wunderschön.